Was? Was ist das? Alter, diese Drogenmaus, ne? Ähm, der... Oh, jetzt? Wenn ich jetzt das Z-Rohr habe, geht das jetzt? Ja, aber ich bin noch auf dem Ruf. Warte mal, muss ich der Maus... Ah, ich muss, glaube ich, die Maus dazu bringen. Aufzuhören? Kann das sein? Hier, ne? Ja, ja, ich bin's wieder. Entschuldigung. Ja, ja, von Zachary grüßen. Oh, man. Oh, man, I miss that grumpy little dude. We used to hang out up here all the time. Looking at the stars, talking about life. Man, I'm getting emotional. Why don't you do that anymore? Ah, because he only cares about that stupid game now. Ben and Jones. Ben and Jones, Bar and Stones, whatever, man. I thought I was over it, but... You know, it is... Let's not talk about it. Ben and Jerry's wär' mir lieber. I'll get going. See you, man! Man. Okay. Ich kann... Ach doch, jetzt kann ich was machen. Jetzt kann ich was machen. Gut. Ben and Ed. Nein! Nicht, nein, nein, nein. Nicht, nicht so ein böses Spiel. Nee, nee, nee. Das macht nur aggressiv. Wo war ich denn natürlich? Also... Wo ist mein Z-Rohr? Mein Z-Rohr ist weg. Ist es immer noch nicht? Da luftet's immer. Irgendwas fehlt immer noch, ne? Ah, nee, jetzt. Aber wo ist denn mein Z-Rohr? Das ist schön leicht und beruhigend zum Nebenbeispielen. Ja, du hast natürlich absolut recht, ja. Ähm, es ist nur... Ich bin... Also, ich bin schlecht dafür. Aber wo ist mein Z-Rohr? Ne, mit dem Y-Rohr. Ja, aber wo ist denn das? Ich mach's genauso wie davor, ich wette. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas mach ich falsch. Ich hab mir Dampfer blassen. Ja, das ist aber auch, also... YouTube, äh, YouTube sag ich schon. Twitter momentan. Also da, da, also... Das braucht man manchmal als Pause, ne? So. Dankeschön, Parapunze, für den Raid. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Was habt ihr schönes gespielt? Wie war der Stream? Hallo, Faranore. Hallihallo. Dankeschön für den Raid. Wir sind ein Raid. Hallo, Raid. Ich hoffe, es geht euch gut, Raid. Ich muss hier grad mit Rohren rumspielen. Ich muss hier Rohre verlegen. Entschuldigung. Mein Name ist Luna und ich bin zwölf. Ist ein Horror, was denn schön ist? Hallo, Jelken. Was habt ihr schönes für ein Horror gespielt? Ich hoffe, es war schöner Horror. Moment. Ich habe gleich bestimmt die Lösung parat. Und es wird sich alles geändert haben. Ich bin mir sehr sicher. Nicht. Twitch-Koffen-13. Oh, das war ein schönes Spiel. Ich erinnere mich nicht mehr an vieles, aber es war ein schönes Spiel. Ja. Ich war jetzt nicht so grusel-grusel, aber es war ein schönes Spiel. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Ich habe zu wenig Rohre. Mach doch mal was. Ich weiß wirklich nicht. Das hier. Das ist das, was mich so verwirrt. Nein, ihr sollt mir nicht eure Rohre geben. Nein. Oh Gott. Ja, ich verstehe, wie das falsch rüberkommen konnte. Ich verstehe das wirklich. Es tut mir sehr leid. Bitte verzeiht mir. Es fehlt wieder genau das Gleiche. Gut, ich mache genau das Gleiche und da warte... Nee, warte mal. Das geht. Ist das ein Z-Rohr? Ich kann natürlich auch einfach. Warte mal. Irgendwas habe ich anders gemacht. Könntest du mir ein wenigstens erst mal zum Essen einladen? Nein. Ihr müsst gleich helfen. Mein Rohr bekommt es nicht. Ihr dürft eure Rohre behalten. Wirklich. Ich meine, also... Egal. Ich habe noch nichts gesagt. Ich sage gar nichts dazu. Ich mache es nur schlimmer, wenn ich was dazu sage. Ich brauche... Irgendwas stimmt hier nicht. Mir fehlt so ein kleines. So ein Bubbel fehlt mir hier. So ein kleines Duddel-Duddel. Das Klo passt. Das Klo. Ach, das Klo. Ah ja, genau. Danke. Danke. Ja, das macht auch Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Es fehlt immer noch das gleiche Kleine. Wo ist das hin? Ich hatte ein Mini-Rohr mehr. Ich hatte ein Mini-Rohr mehr. Vorhin. Ich war weiter. Das Baguette klingt immer niveauvoller. Aber das sind keine Baguette. Wirklich. Das sind Rohrze. Ich schwöre. Irgendwas habe ich falsch. Also es ist eh alles falsch. Ich glaube, das... Warte mal. Aber das muss doch eigentlich... Also hä? Warte mal. Also wir haben hier jetzt das, okay? Dann haben wir das. Aber das muss ja angeschlossen sein. Weil hier die Luft herkommt. Helfen mit dem Rohr verliegen. Ja. Ich könnte... Okay, wartet. Ich mache nochmal neu. Aber ich habe doch ein... Mein Z-Rohr fehlt mir. Warum ist mein Z-Rohr nicht dabei? Muss ich vielleicht mit ihm reden, damit ich mein Z-Rohr benutzen kann? Darf ich das Z-Rohr benutzen? Ach nee, ich habe das Z-Rohr benutzt für oben. Es muss gehen. Oh nein. Spielen wir erst mal Battle Bones. Das ist ja... Battle Breakfast. Oh nein. Die Frage ist, ist er der Letzte? Ich habe nur noch zwei Gernats. Ah. Ich versuche es mal einfach so, ja? Ich versuche mal rauszufinden. So doof oder so? Ich folge nichts. Ich folge nichts mehr. Okay, jetzt kriege ich den Ball. Ich kann aber... Doch, ich kann passen. Warte, stopp, stopp, stopp. Wohin kannst du passen? Da oder da? Ich habe Angst. Ich gehe da hin. Nein, du soll... Ich bin ja genauso dumm. Boah, was eine Kacke. Und was mache ich jetzt? Was meinst du denn? Ich habe noch eine... Ich habe noch eine... Nein, ich habe... Hier, easy. Ja. Und jetzt... Das ist kein Problem, so. Den kriege ich noch. Jetzt warte doch mal. Ich bin jetzt dran, ja. Wieso kriege ich den Ball so nicht? Nächste Runde gehört der mir. Jetzt hör auf. Die machen hier ein bisschen Rudelbums im Moment. Hä, warum hat er denn den jetzt? Hä, was macht ihr da? Okay, du kannst werfen. Bis da. Ich sollte vielleicht erst mal... Okay, wartet. Hier. Und jetzt du... Du kannst bis nach da. Okay. Ich bleib hier. Was rum? Du musst ins Löffel. Ja. Sie kommen immer näher. Aber ich kann natürlich hier außen rumgehen. Du musst nur den Weg blockieren. Und wenn wir jetzt hier... Kann ich den einfach... Weg. Und du gehst jetzt einfach nach da. Und Kackis mal hier hin. Perfekt. Oh, er kann nicht so weit werfen. Ja, das passt schon. Hier bin ich ohne Wollknäu... Oh nee, ich muss ja auch... Ich muss ja erst mal das richtige treffen. Boah, ist das so anstrengend. Wie ist das Spiel, ne? Kann er da hin? Warte, das ist wichtig. Kannst du... Ja, du kannst. Nein, der kann nicht so weit... Warum kann der denn nicht so weit werfen? Kannst du von hier aus werfen? Bitte sag mir, dass du von hier aus werfen kannst. Oh, Gott sei Dank. Da. Ich habe ohne Wollknäuel. Das ist lange nicht mehr gewesen. Ne, ausnahmsweise mich. Hat er gerade gesagt, dass Gronk ein schlechter Verlierer ist? Ich glaube, da brennt bald Twitter oder so. Okay, jetzt müssen wir die Rohre fixen. Danke, Chad. Das ist sehr lieb. Okay. Was können wir denn Lustiges machen? Wir könnten mal versuchen, das so zu machen. So. Und dann könnten wir natürlich das so machen. Aber ich weiß halt nicht, ob das eine wirklich lustige Lösung ist. Ich brauche irgendwas, was nicht so kompliziert ist. Was einfach funktioniert, wisst ihr? Nein, nein. Wie gesagt, das Z-Teil ist für das andere gewesen. Oh, was ist denn so warm ist das hier? Nicht, hör auf so zu hecheln. Das stinkt. Äh, ich habe das. Oh nein, hier ist schon wieder... Oh, nee. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das ist alles... Ich glaube, ich bin in sowas nicht so gut. Es tut mir leid. Ich brauche zu viele von den Kleinen. Die gehen mir doch gleich wieder aus. Mann, und schon wieder brauche ich so... Dann nehme ich so viele von den Mittleren. Hier bräuchte ich eins. Da bräuchte ich eins. Ne, komm. So. Mann, oh. Die munnen mich alle. Ja, und jetzt? Ich könnte es natürlich... Warte mal, ich kann es nach unten verschieben. Brauche ich dann einen weniger? Ja. War der Küche links? Stimmt, hier ist keins. Du hast recht. Aber... Du hast recht. Aber das... Hilft mir das wirklich was? Ich könnte natürlich hier dann so machen. Aber ob mir das wirklich was bringt? Das war aber gemein. Da habe ich doch gar nicht... Ich hab... Das war gemein. Das war gemein, Spiel. Das war ja voll einfach, wenn man das nicht machen muss. Danke, Burma. Airbander-Errungenschaft. So, Tobi. Gip-Scroll. Da. Her. Ja. Ja, ja. Deine Qualen haben ein Ende. Bla, bla, bla. Ich hab dein Tag errettet mich von. Ich habe den Tag errettet, nicht wahr? Das ist richtig, du hast. So ein süßes Junge. Du hast einen tollen Mannschaft. Um, ich denke, ich werde passen. Was ist das Schäden, dann? Oh, ja. Als Reward für die Schäden zu retten, ich bestelle dir auf dich, mysteriöse Stranger mit schönen Augen, diesen meaningless Stück von Papier, den ich seit Jahrzehnten verliebt habe. Amen. Also, erst mal, wo kommt der Arm gerade raus? Ich brauche, und zweitens, ich brauche auch so eine Couch. Ich kann nicht glauben, dass er eigentlich all diese Zeit wartet, jemanden zu kommen und die Wand fixieren. Well, you have to admit, er ist resilient. True. Es ist ein bestimmtes Kindes zu bleiben, zu bleiben in einem Ort für, ich weiß nicht, wie lange. So, wie über eine Jink? Es wird Zeit für das, wenn wir aus hier rauskommen. Ich könnte sagen, dass wir all die Zeit in der Welt haben, aber... Ah, was? Herr Rabe! Heddy! Und ich dachte, du... Schlaf gut, Lörka, Träume, was schön ist. Kann schon das magische Bömbaumholz. Das kann natürlich sein. Schlaf gut, Träume, was schön ist. Und schon, dass du da warst. Ähm, die Frage, Casino. Sind wir jetzt schon so weit mit dem... Das ist wichtig. Ich muss meine Garne managen. Ich muss meine ganze erinnern. Kommt der eigentlich aus deinem Hut raus? Scheinbar nicht. Mach nochmal. Hä? Haut die... Die Katze haut daneben. Okay, wartet. Hut hoch. Kommt raus. Katze haut einfach daneben. Das ist aber auch keine echte Katze. Das ist wieder so eine Fake-Katze. Also, wir brauchen noch Descroll, Descroll und Descroll. Das Problem ist, wie komme ich in den Dress? Er redet nicht mehr mit dem. Er redet einfach nicht mehr mit dem. Wofür brauche ich eigentlich die Kaninchen? Wenn ich so tue, als würde ich ihm was geben, kann ich dann mit dem reden? Nein. Er will einfach nicht mehr. Oh, hat noch eins. Was? 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 Ich sehe keine Wände. Ich meine, die Radio-Wände, dumm. Die Radio hat Wände? Wissen Sie nicht, wie ein Signal funktioniert? Warum? Mit Magik, natürlich. Und ich verfehle, nichts anderes. Oh, Gott. Ich erkläre es Ihnen später. Nee, erkläre es Ihnen nicht. Du hast recht. Magie. Alles Magie. Gib mir das gar nicht. Ich finde, es ist für Sie. Ähm, das ist raus. Ein hart Graffiti. Trivial, aber süß. Süß. Und hier dachte ich, Neon war aus Faschen. Ich sah dann Querdenker-IQ. Nein, das ist süß. Ich kuh, weil er hat recht. Wobei, also, Querdenker-IQ könnte es eigentlich gar nicht sein, weil sonst hätten die ja die Aluhüte nicht. Weil gegen Magie hilft ja kein Aluhut. Ist das du? Ja, ich bin es. Woher wusstest du es? Ja, es ist mir. Öffne dich. Mann, jetzt kann ich dir definitiv nicht erinnern. Was haben wir versucht? Also, wer bist du dann? Es ist Vincent, der neue Mann. Ich muss mit dir sprechen. Vincent? Ich habe gehört, über dich. Bist du guter Dinge, was ist suspicions, wenn du mich fragen. Wie ist das suspicions? Na, ich bin einfach nur nett. Es gibt keinen Haken. Ich will nur mit dir reden. Alan, richtig, es gibt was Richtiges, worüber ich mit dir reden muss, aber du musst mich reinlassen. Nick, kannst du mit dir reden? Nick, kannst du mit dir reden reden? Alan, dearie, kannst du uns einfach in, bitte? Ich versuche, wir werden uns auf unser bestes Behaviour. Oh, ja, absolut. Ernsthaft? Ich dachte nicht, dass Nick das hinkriegt. Aber die ist hübsch. Oh, guck mal, wie süß. Da ist ein toter Hase und noch ein toter Hase. Ähm. Okay, jetzt fallen mir langsam... Er sieht ein bisschen aus wie Simon von den Rocket Beans, wenn er Kiss-Make-up tragen würde. Ein bisschen. Es können halt auch Gronkh sein, aber der frühere Gronkh, als er noch seine rote Mütze mal getragen hat. Hm. Was ist das Punkt von Vinyl, wenn es nur auf der Wolle hängt? Bushido? Ja, das sehe ich jetzt nicht so. Aber, aber, äh, äh, äh? Oszilloskop. Hallo? Jetzt benutzt das. Der will einfach nicht. Der weigert sich, meine Befehle zu verfolgen. Ich habe nicht so viele Jahre gesehen. Dann muss ich ähnlicher zu dir. Well, du bist. Du bist Hamlet. Nicht, es für mich zu verhindern. Es ist etwas schreckliches über sie. Vielleicht ist es die Bioschleber. Nee, Lara. Das war nicht Pan, das war Lara. Das waren eindeutig Kupferhaare und Pan hat keine Kupferhaare. Wie entzückend. Charmed. Well, of course you are. Before you start talking about why you're here and all that, I have a question to ask. What is it? Can I call you Vinnie? Klar. You absolutely cannot. Sad, but expected. Can I? Don't you dare. Du erst recht nicht. Vinnie. Total worth it. Oh, definitiv. Dein Akzent scheint off. Lass mich dir etwas fragen. Sind Sie mit der Golden Rule? Das ist eine Lüge. Wenn das eine sexuelle Referenz ist, bin ich nicht interessiert. Nein, es ist nicht. Warte, was bedeutet, du bist nicht interessiert? das ist... Du bist nicht mein Typ. Was? Entschuldigung. Niemand ist peinlich. Du klingt überrascht. Ich dachte, du warst nicht, du warst der Typ, eine schöne Frau zu drehen. Ich dachte, ich war falsch. Ich dachte, du warst. Das ist nicht der Weg, ich wollte es nicht. Ich auch nicht. Auch nicht für mich meine ich, also auch nicht wie ich mir, also ihr wisst schon. Was ist seine Geschichte? Was ist seine Geschichte? Was ist deine Geschichte? Oh, du wirst niemals glauben. Also, warte. Ja. Are you trying to sniff out some info, so you can blackmail me or use that knowledge for any other selfish purpose, which, just so you know, I totally get, but don't want to give anyone the advantage? Nein. Eh. Um, I don't think so, no. Promise? Of course. Swear on your mother's grave? How do you know she's... Whatever. Yes. I swear. Awesome. Now, where was I? At the very beginning, I presume? So, before I ended up here, I have been writing for this cute local website. You know, the kind where you can find out what type of sandal you are. Then, all sorts of strange things began to happen in our town. And of course, I had to investigate. After all, how else was I supposed to get promoted? Susan has always hated me. She was such a... Ellen. Right. So, all the cats in town suddenly disappeared. Weird, huh? And not only did they disappear, each one of them left a farewell note to their owner. A note from a cat. Yes, sadly, that was the most exciting part. As soon as I started making progress, Beatrice got me. Guess she wasn't happy about this little articles of mine. She sent you here just because you were investigating her. That's a bit too harsh. Everyone is afraid the truth Vincent. Even witches? Especially them. What happened to the radio tower? Do I look like I know? It's not working. That's all I can say for sure. And no one has seen Harold since he banished himself to the junkyard. I can't believe anyone would ever want to go back there. It's pretty grim. I know right? When I first got here, it was nothing but a cold, dark wasteland. No way I'm ever going back there. Besides, he's supposed to help me with the tower, not play with that useless half-rodden toy. I can't imagine why he left. Me too. This is a nightmare. Do people really listen to the radio in this place? Does that surprise you? Most people here are lonely and the only thing keeping them from giving into despair is listening to my beautiful voice every day for the rest of eternity. At least that's how I like to think about it. So you are the only journalist here? I wouldn't call it journalism. I'm more of an entertainer, you know? Sure, I talk about everything that happens in town, Bell and Bones tournaments, Eddie's poetry nights, Ernest and his crew being annoying per usual, things like that. But mostly I just talk. Now that I think of you could compare my job to that of a therapist. But better, obviously. Warum sind hier alle so von sich selbst? Egal. Zauberspruch. I'm looking for the pieces of the spell that summons Beatrice. Nick mentioned you had one of those. And he's totally right, I do. It's just, I don't get why would anyone want to summon that old hag. The only good thing that she ever gave she's completely useless. We want to get out of here. As simple as that. Do you really believe she'll let you out? A pigeon is more likely to fly out of Nick's ass than for anyone to get out of whatever land. I'd look at that. Hey, that would be most inconvenient. Come on, guys, you have to be realistic. Anyway, I would love to give it to you, let me guess. I'll have to fix the radio tower for you first, right? Bingo! Don't get me wrong, I really don't want to take advantage of the situation. But that's how it works in whatever land. You scratch my back, I'll scratch yours. Fine, I'll look at it, but let's skip the scratching part. Brilliant. I knew you wouldn't abandon a woman in need of some brute sie sind alle so sympathisch hier. Verstehs? Muss einfach weg. Okay. Kann ich jetzt? Weil ich... Nee. Okay. I've always wondered, why do people need so many monitors, when they only have one head. In whatever land, you can have as many heads as you like. That's good to know. Das ist eine richtig blöde Frage. Wirklich, das ist eine richtig blöde Frage. Man braucht viel Monitern. Man braucht. Ich bin Synchron Sprecher. Ich spreche alle Bäume. Entschuldigung. Hier hoch. Manchmal ist das echt schwierig. führt wahrscheinlich zu dem Roof. Der Roof. Der Roof. Der Roof. Hast du eine Idee, wie eine Radio strukturieren? Nicht eine einzige eine. Hast du? Nein. Warte, Alan hat eine Instruktion hier gelegt. Ich bin sicher, es wird unsere Leben einfacher. Oder uns über Blockflöte? Oder das. Harrods Blockflöte? Rufus finden. Gott. Ich renne ganz kurz Pipi. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben hier sehr viele Tauben. Wir haben hier den... Nee, den will ich noch nicht benutzen. Ich will die Blockflöte benutzen. Okay. My song? What was? Stay with me or leave me in the end, leaving all behind, never thought I tried, all lost my name, with which to blame, feeling so wrong. Mama, ich habe nichts Böses getan, ich schwöre. Oh, ich würde dir gesagt, es ist halt untertrieben. Oh. Wir haben diese Haufen aber von mir unter der Dusche bekommen. Aha. Okay. Ich habe gesagt, ich renne. Ich habe gesagt, ich renne. Ich will schnell Pipi machen. Ja. Ja. All the antennas in the city The network is old and rubbish So if one of the antennas fails Or if some idiot moves it even a tiny bit The whole chain will be interrupted If that happens You'll have to restore the chain To do that You open the control center And carefully And I repeat carefully Connect all the antennas So that they form a chain that begins And ends at the radio tower Just remember That the signals must Not cross And if one of the antennas fails completely And you can't even get access to it Which is entirely possible Knowing our fellow whateverlanders Well That means one thing You're screwed Until I'm back Of course Oh And by the way I finished the safe you asked for The one that looks like a fake oscilloscope Remember? I painted it yellow So you don't confuse it with a regular one Anyway I've got to finish this up And head to the junkyard Good luck, Missy Stay with me Or leave me Leave me behind Leave me all behind Never found my pride Oh no Ich kann nicht mehr Tut mir leid Ich hab's versucht Es geht nicht länger Es geht nicht Was soll ich machen? Ich verstehe Ich Ziehen, benutzen, verschieben Ah Okay Okay Ja Aber jetzt Ich kann nicht aufhören Achso Okay, ich muss ihn da hinschieben Wo ich ihn hinschiebe Und dann Okay Okay Ja Achso Ich verstehe Ja Okay Ja Ja Ja, jetzt mach das mal weg Wartet Wo ist denn jetzt das Kreuz? Ach, hier Okay Und du? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hin will Muss ich auf den roten drauf? Muss ich da auf den Ich muss auf den roten, oder? Nee Warte, was war jetzt? Der rote bringt mir nix, oder wie? Oder wie, oder was? Du musst irgendwie da Ja, du musst Nee, du musst da Du Warte Nein Hä? Jetzt Hallo Das muss aber irgendwie gehen Oder warte, kann ich Nee, damit kann ich auch nix machen Hä? Chat Was tue ich hier? Ich bin, also Was tue ich hier? Aber ich verstehe nicht ganz, was ich, also Äh 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 Was mach ich hier? Äh Also Ja, aber das Problem ist Das Das Problem ist, es funktioniert halt nicht alles Also wenn ich das mache, das geht ja nicht Und ich verstehe nicht warum Weil es kreuzt nix Nicht durch das rote ging Nicht durch das rote gehen Nicht durch das rote gehen Also das ist das, was ich halt nicht verstehe Und hier geht es jetzt aber Aber Das ist nicht funktioniert Ja, das ist mir aufgefallen, danke Weil es unten rechts noch falsch ist Ja, aber das kann ich ja nicht Das kann ich ja nicht Das kann ich ja nicht Das ist nicht funktioniert Und wenn ich das mache, dann geht es ja auch gar nicht Das geht, das geht nicht Ich bin sehr verwirrt Ich frage mich immer nicht Und das Es darf kein Das hilft mir halt auch nix, ne Die zu Äh, die, die beiden verstehe ich nur nicht, was ich mit denen machen soll Die beiden verstehe ich noch nicht so ganz Das funktioniert nicht Ich bin sehr verwirrt Das funktioniert nicht Hä, jetzt kann Jetzt kann ich es drehen, hä? Hä? Wieso kann ich es jetzt plötzlich bewegen? Ach Ich bin jetzt sehr verwirrt, Chat Ich bin wirklich sehr verwirrt Aber das ist schon in Ordnung Ich habe Fragen Das funktioniert nicht Das funktioniert nicht Wo bin ich? Wo ist das denn? Ich muss da rüber, ne? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin verwirrt Okay, also Die Dinger werden halt schwer mit einzubinden Also hier das kann ich natürlich so machen, indem ich das dann so mache Okay, das kriege ich so rein gefakt Hallo? Okay, ist... Achso, das habe ich... Ah Warte, wenn ich das jetzt aber... Warte mal... Na jetzt... Manno! Äh... Und nicht die Strahlen kreuzen Und nicht die Strahlen kreuzen So, du musst nach da Die Strahlen nicht zu kreuzen ist echt schwer, ne? Nein, Mann, jetzt... Sei das nicht so... Hä, wie... Achso, da Ist so schwer zu sehen, dieses dumme... Dings da Ja... Wenn ich jetzt so umdrehe Und dann den so nehme... Denn dann kommt der ja da nicht hin Dann... Ah... Uhhh... Ich weiß nicht, was ich hier tue... Ich weiß wirklich gerade nicht, was ich tun soll. Ich weiß wirklich gerade nicht, was ich tun soll. Das ist nicht funktionieren. Was du anders hin musst, weiß ich nicht. Alles, was bleibt, ist die Radio-Tower. Easy peasy. Ich bin sehr verwirrt. Ich möchte noch mal erwähnen, ich hatte drei Stunden Schlaf. Ich kann nicht denken mehr. Hör auf, Missy. Hier ist ein Kontrollcenter unter der Hauptantenne. Und das regiert alle Antennas in der Stadt. Das Netzwerk ist alt und verdammt. Also, wenn eine der Antennas fehlt, oder wenn ein Idiot bewegt, dann wird das ganze Schlaf verletzt. Wenn das passiert, dann muss man die Schlaf verletzt werden. Für das ist das, öffne den Kontrollcenter und vorsichtig, 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 alle Antennas, sodass sie eine Kette formen, die beginnt und endet in der Radio-Tower. Nur bemerkst, dass die Signale nicht mehr überlassen müssen. Never! Und wenn eine der Antennas fehlt, kann... Okay. Beginnt und endet, heißt es, es muss also wieder zurückkommen. Ja, ne? Es muss eigentlich zu der gehen, anders geht's nicht. Ja, jetzt hör auf zu reden. Mach's mich aggressiv. Das funktioniert nicht. Wo ist denn sein Kreuz? Ich kann das schon wieder nicht mehr schieben. Doch jetzt hier. Ne, doch nicht. Das funktioniert nicht. Ja. Das hat aber kein... Das ist nicht... Stimmt. Ja, warte. Nochmal. Ja. Ja. Bis ich zurück bin. Hier ist gut, bis ich zurück bin. Warte, wo war das? In Park, ne? Ja. Hier war's direkt. broken satellite dish. Ah, danke. Ich... Ich... Ich lass so nach. Ähm, kannst du das reparieren? Ja? Ich muss die Radiotower fixieren. Aber das bedeutet, deine Sonnlicht abgeben. Also, du denkst, ich werde meine brillante Invention für dich die Radiotower fixieren? Ja. Verzogenes Girl. Sink again. Besides, I'm still not over Ellen giving me that horrible haircut. I had to wear a hat for months. Hä? Aber ich hab doch schon gegen sie Bell and Bones gespielt. Das ist ein Satellite. Alright, old man. Aber ich werde sicher, dass du... Da hat kein Problem. Da hat kein Problem. Da hat kein Problem. Warte mal, wenn ich es schaffe, mit dem noch weiter zu gehen, ja? Okay, warte mal. Du... Der würde ja wohl so weit werfen können, oder? Boah, wie über nicht. Wie über nicht. So, den... Und dann wirfst du nach da. Ja. Die können auf jeden Fall nicht so leicht zu mir. Ja. Das müsste eigentlich gehen. Ja. Ich hebe mir alles mal auf. Die können eigentlich gar nicht zu mir. Ja. Hm. Wenn ich jetzt hier die Stinkbombe hinwerfe, dann könnt ihr es eigentlich schon knicken. Ich muss hier eigentlich nur noch außen rum gehen. Du versuchst hier nochmal ein bisschen hin zu gehen. Du versuchst hier nochmal ein bisschen hin zu gehen. Ihr könnt mir gar nichts. Aber er kann mich wurzeln. Okay. Okay. Hau ab. Jetzt gehen wir da hin. Das müsste jetzt eigentlich gehen, oder? Oh ne, er hat sich... Nein, er hat sich im Weg gestellt. Links ist eher zu doof. Oh nein, die sind alle im Weg. Aber gar kein Problem. Du stellst dich da hin und dann wirfst du einfach. Nein! Ähm... Aber warte, das ist alles... Ja, alles gut. Easy. Ich nehme die Mitte, weil sonst... Garten die immer die Mitte. Ja. Easy. Woah. Ich musste nicht mal einen Wollknäuel opfern. Danke. Ich bin sicher, dass du einfach glücklich bist, das ist alles. Nee. Ja, definitiv. Oh, das ist aber ein schönes Geräusch gewesen. Danke. Woah. Auf zum Radiosende. Achso, nee, ich muss ja da hoch. Stopp! Ich muss da hoch. Woah. Gott sei Dank. Let's fix the radio station. Okay. Ähm, wo ist... Wo ist das... Ich sehe das Kreuz nicht. Jetzt. So. Na, jetzt mach doch mal. Ich will das da ankommen. Das muss so hin. So. Und du jetzt? Aber ist das dann schon alles? Nee, na... Warte, ich könnte dich dahin leiten. Könntest du da hin leiten? Könntest du da hin leiten? Könntest du da hin le... Ah, was bringt mir das? Nee, du musst eigentlich da hin. Ich bin sehr verwirrt und ich frage mich wirklich, was ich hier eigentlich mache. Also... Also... Oh Gott. Ich hasse gerade alles. Äh, 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 äh. Das Problem... Du machst gar keinen Sinn so. Muss ich verle... Ich dachte, es muss wieder zurück. Yes. Oh. Das war... Oh. Ich dachte... Also ist jetzt richtig? Darf ich jetzt gehen? Ist jetzt vorbei? Aber ich muss auf X... Oh, wenn ich das nochmal machen muss? Naja, ich kann ins VOD gucken. Handymanerung. Oh. Handymanerung. Ich hatte wenig Hoffnung für dich, Vincent. Ich glaube, ich war falsch. Klar, du warst. Und ich werde immer zu beiden von dir gratulieren sein. Ich denke, du hast etwas vergessen. Ah. Klar. Warte einen Moment. Hier ist es. Sag Beatrice, sie ist eine B****, wenn du siehst. Okay? Ich denke über das. Natürlich. Ich hätte auch einfach den Tresor knacken können. Mir wären so schnell, wenn ich einfach nur Sachen knacken würde, ne? Dankeschön. Ja. der Radio. And beat Hilda at Bellenbones in the meantime. And she's one of the champions, remember? Who knows? Maybe I could become the champion around here. Well, we might as well find out soon. Now let's drink. How many times should I remind you that I don't drink while working? Can't relate. Fine. Then let's go get those pieces. Because that's certainly more exciting than having a little party. I can see why you never succeeded at escaping before. Oh, shut up. Although you're not wrong. Mirror, mirror on the wall Who's the vilest of them all? If you answer, I shall be the only one you'll want to see. But tell the truth you only must. Be it through fear or mere disgust. And never shall we disagree. Oh, mirror, mirror. Is it me? what I see you